Michael, da stehst du unmittelbar bei der Zufahrt zum Kongress. Was ist da schon alles passiert? Sehr viel Arbeit, ein Haufen Leute, die da kommen. Wir schauen, ob die Akkreditierungen alle passen. Ganz eine nette Geschichte war, wie zwei Polizisten im Polizeiauto gekommen sind, die da vorbeischauen wollten, ob alles passt, ob alles in Ordnung ist. Haben uns einen Scherz erlaubt und haben zu ihnen gesagt, sie sollen bitte aussteigen, Handy auf die Motorhabe. Wir werden aber ein bisschen genauer inspizieren.